So, liebe Mannersfreunde, herzlich willkommen im wunderschönen Kreis. Ich freue mich einfach, dass so viele Vogtländer, Thüringer, Sachsen heute hier sind. Auf geht's, Thüringen wandern mit Mike Mohring. Ja, das Ziel ist, Thüringen nicht nur zu verwalten, sondern Thüringen besser zu regieren, weil wir gemeinsam einen neuen Aufbruch für Thüringen schaffen wollen. Mit den Menschen, mit den Kommunen, nicht über ihre Köpfe hinweg und weil Thüringen eine laute Stimme und starke Stimme in Berlin braucht. Was können wir als Politik für Rahmenbedingungen setzen, damit dieses Land wieder vorn stehen kann und eben auch seine eigenen Zukunftschancen nutzen kann. Das Kultusressort müssen wir wieder selbst in die Hand nehmen, wir eine beste Schule für Thüringen machen können. Und das ist mir eine ganz große Herzensangelegenheit. Wir halten Wort, was wir vorher zugesagt haben, das erfüllen wir, auch wenn wir regieren. Wie können wir das nächste Jahrzehnt gestalten? Wo soll Thüringen stehen bis 2030? Und darum geht's uns und das soll der Aufbruch 2019 zum Ausdruck bringen. Um gut viel liberal, aber es ist schon wieder, wo wir abdecken haben, そして wir wirklich triangle. Und da haben wir das nächste Jahrzehnt gestalten. Um gut più da auf, was wir hier für Themen gesch Warrenen Значит Tats İch 많 берen, Und bei unsindigen Tagen geht's dabei diese OkDragon hinzuk. Und da nächste Jahrzehnt gestanden dierepresented sind was es ja teilweise, wir wollen unsere Kultur Vielen Dank.